Handwerkskiste, was hast du? Vorsicht, betretet nicht die Binge, das kann schrecklich enden. Händler. Ein Händler in der Binge? Beruhig dich erstmal. Gierschtaschik liegt genau deswegen. Erzähl mir was los ist. Ein irrer Bosnickel treibt sein Unwesen und versteinert alle, die dumm genug sind, nicht schnell aus der Binge zu verschwinden. Was soll das ein Bosnickel? Das frage ich mich auch gerade. Du weißt nicht, was ein Bosnickel ist? Ein ganz mieser Erzkobot ist das. Verwandelt Sachen zu Stein und macht aus richtigem Gold wertloses Katzengold. Das klingt ja übel. Erzähl weiter, was ist mit dem Bosnickel? Er tauchte vor ein paar Tagen in der Binge auf, trieb erst Schabernack und wollte uns vertreiben. Es wurde immer schlimmer, bis Gierschtasch uns befahl, ihn zu schnappen und zum Schweigen zu bringen. Äh, sonst hat er gesagt, es spuckt er nur. Das hat wohl nicht geklappt. Natürlich nicht. Der Bosnickel war mächtig. Viel zu mächtig. Hat alle meine Freunde versteinert. Mich hat er als letztes erwischt. Aber anstatt auch mich in kalten Stein zu verwandeln, hat er nur gekichert. Äh, warum hat er dich nicht verschoben? Glück hätte ich, meinte er. Und dann brabbelte er sowas wie, immer dieser Mist. Hab nur vier Buchstaben im Namen, kann dich nicht versteinern. Hab schon vier erwischt. Hä? Achso, er hat nur einen, seinen Namen besteht aus vier Buchstaben, deswegen kann er nur vier Leute versteinern. Ja schon. Vielleicht hat das mit seinem Namen zu tun. Ich habe mal gehört, sie können vertrieben werden, wenn man ihren wahren Namen herausfindet. Aber das sind Legenden, nichts Genaues. Das erinnert mich aber jetzt irgendwie ein bisschen an Dungeons & Dragons. Also an die vergessenen Reiche, wo Dämonen auch einen wahren Namen haben. Dennoch ist es besser als nichts. Den Namen herauszufinden, um ihn zu vertreiben, ist eine Sache. Aber ich bitte dich inständig darum, meine vier Vätern dort unten zu entsteinern. Hast du eine Idee, wie das Gen sagt? Zur Not kannst du ja diese Elfe am Ufer fragen. Die lebt da in einem Haus auf Pfählen und macht auch mit Magie komische Sachen. Äh, die ist gleich im Mist denn eigentlich. Kannst du dir vorstellen, warum der Bosnickle euch heilt? Ja, äh, äh, nein. Na ja, vielleicht. Die Binge grenzt an Nurgamashtrom an. Was ist... Nurgamashtrom? Seid ihr denn von Sinnen? Die verbotene Binge, ihr Wahnsinnigen? Äh, okay. Vorgrem kennt sich aus. Woher weißt du? Jeder Zwerg weiß doch über das Gesetz König Arombodos Bescheid, dass es bei schlimmster Strafe verboten ist, nach der verbotenen Miene zu suchen. Oder Nurgamashtrom? Finger weg von Nurgamashtrom! Ja. Äh, ja. Ich weiß. Aber was sollen wir denn jetzt machen? Äh, bei Angrosch sehr lange Barte. Die Sache gerade rücken und für euch hoffen, dass der König nie davon erfahren wird. Kabaskan Draxin. Du hast recht. Nie wieder werde ich einen Fuß in diese Binge setzen. Äh, warte hier draußen. Ich kümmere mich um die Sachen. Oh, äh, falls ihr eine Fackel oder Bandagen brauchen, sprecht mich einfach an. Ich bin Zeugwart und Schmied der Binge. Meine Vorräte sind zwar vergleichsweise bescheiden, aber ich hoffe, es reicht aus. Ah, was hast du denn? Kabaskan Angrosch. Nie wieder werde ich einen Fuß in die Binge setzen. Sieben Verbände. Söldnerhelm, zwergische Schmiede, Schürzefackel, Lindwurmschläger. Nein, danke. Brauchen wir alles nicht. Okay, dann heißt es jetzt nochmal zurück zu... ...zu Sanraya. Und sie fragen, ob sie etwas zur Entsteinerung hat. Und dann heißt es, in diese Zwergenbinge reingehen. Ah, ja. Ein komischer Kobold, der aus seiner verbotenen Binge eingedrungen ist. Klingt ja nicht besonders herzlich. Na, hoffentlich hat es dann Raya was Passendes für uns. Ich habe gehört, du kennst ja die Möglichkeit, versteinerte Zwergen zu helfen. Äh, eigentlich sollten wir sie fragen, ob sie eine Möglichkeit hat. Und nicht, dass sie wirklich eine hat. Äh, hier die Gullmondblätter für den magischen Würfel. Ich zahle nicht so viele Dukaten. Äh, danke. Der rätselhafte Spuk. Okay, die versteinerten Zwerge. Das heißt, erster Schritt, den Kobold vertreiben. Den Bösnecker oder wie er auch immer heißt, wie er auch immer hieß. Äh. Und da die Zwerge entsteinern. Er kann nicht weitere versteinern, weil er nur vier Buchstaben im Namen hat. Also dürften wir hier mehr oder weniger Glück haben. Hoffen wir es mal. Da ist die Binge. Dann gehen wir jetzt da mal rein. Und hoffen, dass das die einzige Fahrt da drin ist. Und wieder keine Geschichte vom Vorgang, was ich irgendwie schade finde. Der erzählt immer nur, wenn wir in ein neues Gebiet kommen, etwas. So, Zwergenbinge. Also unheimlich sieht sie schon mal aus. Oh, es gibt Raten. Neue Mine. Okay, das war der Bösnickel. Handwerkskiste. Was haben wir denn hier drin? Oh, Räumenholz. Flachgold und rostige Nägel. Gar nicht mal so schlecht. Ja, das ist ein Problem, denn ich bin selber ein Zwerg. Also vielleicht überlassen wir Art oder Feires das reden. Da ist einmal ein versteinerter Zwerg. Der sieht eigentlich gut gelaunt aus. Wer bist du? Ich bin der singende und tanzende Bosnickel, dein hartnäckigster Albtraum. Äh, ja. Und was will mein hartnäckigster Albtraum? Der will dich warnen. Äh, wovor? Warnen vor den Geheimdissen hier bin. Siehst du das hier neben mir? Das steigende, klumpige etwas da? Das war ein Zwerg. Den habe ich verwandelt. Der sollte hier nicht buddeln. Hihi, aber wer bist du? Und was willst du? Äh. Äh. Wir versuchen es mal mit einer Gegenfrage, weil die beiden Sachen sind nicht so passend. Die ihm zu drohen bringt nichts und einen geordneten Betrieb wollen wir hier drin eigentlich auch nicht mehr haben. Das verrate ich nicht. Gewarnt habe ich dich ja. Lamm das nicht. Äh. Da gut, dann versuchen wir es doch. Gitter schickt mich es mal wieder in einen geordneten Betriebssort. Oh, nicht gut. Aber es liegt in meiner Natur zu spielen. Willst du ein Spiel spielen? Äh. Welches Spiel? Da rat ich nicht. Musst schon. Dann ja. Das Spiel geht so. Du spielst mit mir ein Frage- und Antwort-Spiel. Gewinnst du, bekommst du meinen Namen heraus und kannst mir Befehle geben. Außerdem entsteigere ich dann den Zwerge. Aber du wirst nicht gewinnen. Gut, fangen wir an. Tata, tata, tata. Die Show kann beginnen. Bühne frei für den Meister der Rätsel. Zu meiner Linken. Einer dieser halbhohen sperrigen Brunnswerge. Rätst du richtig? Entsteigere ich ihn und du bekommst einen Buchstaben meines Namens von ihm geflüstert. Rätst du falsch? Musst du den Zwerg anders entsteigern, um an meinen Namen zu kommen. Äh, kommt zur Sache. Ruhe bitte! Ich beginne die Regeln vorzutragen. Hör genau zu. Erstens, nur du darfst antworten. Zweitens, du musst sofort antworten. Drittens, du darfst einmal einen Begleiter fragen. Viertens, du darfst einmal dir eine Antwort mit Rattenschwänzen kaufen. Fünftens, du darfst einmal zwei falsche Antworten ausschließen. Verstanden? Äh, nein. Zweitens, nur du darfst antworten. Zweitens, du musst sofort antworten. Drittens, du darfst einmal einen Begleiter fragen. Viertens, du darfst einmal dir eine Antwort mit Rattenschwänzen kaufen. Fünftens, du darfst... Nenne mir einen beliebten aventurischen Frauennamen mit N. Alrik, Lena, Söller oder Nia. Nenne mir einen beliebten aventurischen Frauennamen mit N. Das müsste B, Lena sein. Was? Du musst schon lesen, was ich sage. Ich meine N. Wie nie nenne mir einen beliebten aventurischen Frauennamen mit N. Alrik, Lena, Söller oder Nia. Nia. Richtig, du hast gewonnen. Mein bärtiger Gehilfe wird dich gleich mit Worten entlohnen. Der erste Buchstabe ist ein Envy-Nickel. Bei meiner Spitzhacke. Wieso habe ich das gerade gesagt? Der Bus-Nickel hat das wohl durch Zauberei bewirkt. Er hat was? Oh. Wenn ich nicht so müde wäre, würde mir der Kragen platzen. Geh zum Ausgang. Nicht, dass der Kogel dich nochmal versteine. Okay, wir spielen hier Wer wird Millionär. Das ist doch... Okay. Durchbruch. Das gefällt mir jetzt gar nicht. Das hier sind nämlich Ruinen. Okay, wir haben irgendwelche Ruinen entdeckt. Beziehungsweise, das sieht wirklich aus wie eine alte Binge. Stahl und Zeug für Forgrim. Heilige Scheiße. Will ich da runter? Oder will ich mich zuerst in dem anderen Gebiet noch fertig umsehen? Ich glaube, ich will mich erst noch fertig umsehen. Weil da gibt es noch einen Pfeil, der abgeht. Vielleicht ist da noch ein zweiter versteinerter Zwerg. Ich fühle mich gar so schwer. Ja genau, hier hoch meinte ich. Nein, hier ist nur noch eine Handwerkskiste und eine Ratte. Na toll. Und noch eine Ratte und Feuermoos. Ah, so gut. Das heißt dann wohl tiefer in die Mine. Es war aber nett gewesen von dem Kobold, dass er uns bei der ersten Frage zwei Versuche gelassen hat und eine kleine Anleitung hinterlassen hat. Nellige Kobold beim Namen. Versteinerte Zwerge. Ja genau, der Kobold hat ihn dazu gezwungen, N zu sagen. Okay. Dann geht das jetzt wohl wirklich runter in diese verteufelte Binge hier. Oder in diese Ruinen. Aber bevor wir da runter gehen, speichere ich doch wieder erstmal wieder. LP37. Und dann gibt es einen kleinen Cut von mir. Bis dann.